Um auf ihren neuen Kalender aufmerksam zu machen, hat sich die britische Schauspielerin Kelly Brook etwas ganz Besonderes ausgedacht. Sie zeigte den Teaser zu ihrem neuen Kalender auf Facebook. In dem Clip sieht man, wie sehr sich die 33-Jährige für die Aufnahmen ins Zeug legt. Der Flirt mit der Kamera gelingt perfekt. Ja, diese Bilder machen Lust auf mehr. Kelly Brook kann sich sicher sein, dass diese PR-Aktion die Verkaufszahlen ihres Kalenders ankurbeln wird.